Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, heute ist Weihnachten oder es war gerade Weihnachten. Nichtsdestotrotz habe ich gestern für mich ein wundervolles Paket von Kiko erhalten mit der neuen Weihnachtskollektion. Und die ist unabhängig von der festlichen Jahreszeit optisch schon mal ein Hingucker. Wir werden aber schauen, ob das Ganze auch gut im Gesicht funktioniert. Ihr wisst es, ich liebe die Produkte von Kiko mittlerweile sehr, sehr stark. Ich habe Kiko für mich dieses Jahr entdeckt und will gar keine Zeit verlieren. Und wir hüpfen auch direkt in dieses Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Weihnachtszeit. Falls ihr Weihnachten gefeiert habt, falls nicht, hoffe ich, dass ihr einfach so eine schöne Zeit hattet und es euch gut geht. Und falls heute Weihnachten ist und ihr euch ein bisschen alleine fühlt, lasst uns gemeinsam ein paar schöne Minuten verbringen und einfach über das reden, was wir lieben. Und zwar Make-up. Ich liebe Make-up und mir hilft Make-up immer über, ja, über so vieles einfach hinweg. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir lassen keine Videos ausfallen. Wir reden einfach über Kiko. Ich habe die Christmas-Kollektion bekommen. Ich verlinke sie euch unten. Kein bezahltes Video. Ihr kennt das Spiel. Es gibt auch keine Affiliate-Code oder generell keine Rabatt-Codes, glaube ich, bei Kiko, weil die Sachen eh schon recht günstig sind für die Markenpositionierung. Ich möchte aber als allererstes mit dem ersten Produkt starten. Ganz wichtig, wenn ihr wisst, welches das Original-Produkt oder das High-End-Pendant zu diesen Kiko-Produkten ist, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Bei manchen weiß ich es. Hier fällt es mir nicht ein. Ich glaube, es gab den mal von Guala, diesen Leor Primer. Ja, das ist ein Golden Elixir Hydra Serum mit so Gold Flakes mit drin. Jetzt habe ich mir natürlich die Hände eingecremt. Das war nicht so clever. Kommt in einen Glastiegel, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an, ist auch recht schwer. Und wir haben eine Pipette. Ich nehme mir erst mal so ein bisschen was raus. Ich kann jetzt noch nichts riechen. Das ist wie so ein Hyaluronsäure Serum. Und ja, es sind Gold Flakes mit drin. Sehr, sehr wässrig fühlt sich das an. Meine Haut ist extrem trocken gerade. Ich habe nämlich gestern ein Derma-Planning gemacht. Das ist mit diesem Rasierer die Härchen wegzunehmen. Und dabei nimmst du dir natürlich auch ein paar Hautzellen mit weg oben. Und dann ist die Haut extrem trocken. Deswegen wollte ich heute einfach mal ein bisschen Feuchtigkeit mit reingeben. Fühlt sich sehr, sehr gut an. So einen leichten Geruch kann ich tatsache wahrnehmen. Ich würde fast sagen, dass das ein Dupe zu dem, ich glaube, es ist Guala gewesen, Ohr war. Ich mag das ganz gerne. Sieht natürlich auch immer schön aus. Also was Kiko wirklich kann, ist Packaging. Und dass die Produkte irgendwie schön aussehen und nicht so günstig. Es gibt sehr, sehr günstige Marken. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich glaube, Flormar hieß die Marke. Da war das alles so ein bisschen günstig auch optisch gemacht. Ich habe von der Marke auch lange nichts mehr gehört. Der Primer gefällt mir aber sehr, sehr gut. Er hinterlässt so einen leichten Glow auf der Haut. So ein paar Goldpartikel kann ich tatsache auch auf der Haut sehen. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so schlimm. Es gab noch was anderes und das fand ich recht spannend. Es kam erst mal in dieser wunderschönen goldenen Verpackung Joyful Holiday Night and Day Face Cream. Und dann habe ich das Ding aufgemacht. Auch hier erst mal sehr, sehr schwerer gefrosteter Glastiegel. Und drin sind zwei verschiedene Cremes. Die rote ist die Tagescreme. Die weiße ist die Nachtcreme. Das ist jetzt durch den Transport aus Italien so ein bisschen verrutscht. Ich probiere erst mal die Nachtcreme. Die ist sehr, sehr cremig, sehr, sehr viskos. Eine recht dicke Creme. Und die andere, die rote, ist so ein bisschen stand drauf Porenverfeinernd. Aber fühlt sich eher so ein bisschen wie so ein Gel an. Ich würde jetzt tatsache nochmal mit der Nachtcreme ein bisschen rüber gehen, weil meine Haut einfach so trocken ist. Und ich es generell mag, tagsüber Nachtcremes zu benutzen. Ich finde, die sind dann nochmal ein bisschen reichhaltiger und lassen das Make-up ein bisschen glowiger aussehen. Und auch das hinterlässt auf jeden Fall einen schönen Glow. Falls ihr mich glitzern seht, ich habe gerade was geswatcht. Und irgendwie habe ich jetzt überall Glitzer. Sehr, sehr schön. Also ich fand die Idee ganz süß. Müsste man jetzt weiter testen. Ich wollte es euch einfach nochmal der Vollständigkeit halber einmal gezeigt haben, weil ich das ganz cool fand. Während der einmal antrocknet, zeige ich euch kurz, was es noch gibt. Und zwar haben wir einen Highlighter, den Shimmer Dream Highlighter in der Farbe Rose Gold Allure. Packaging auch hier wieder super, super süß. Die Weihnachtskollektion ist so, dass man sich an einen Weihnachtsbaum hängen kann oder an ein Geschenk. Sieht auch aus wie so eine Weihnachtskugel. Und dann haben wir so einen rosé-goldenen und goldenen Highlighter. Den würde ich jetzt nicht benutzen. Den packe ich euch in eine Verlosung. Denn wir haben etwas, was ich extrem spannend finde. Und das ist dieses Schätzchen hier. Auch das hat wieder die rote Schleife. Das ist die All You Need Face Palette. Und guess what? Sie erinnert mich verdächtig an meine oder an die von Becca oder an Hourglass Tatsache auch. Wir haben einen Blush, wir haben einen Bronzer, einen Highlighter und das konnte ich noch nicht so ganz deuten. Ich glaube, das ist ein Finishing-Puder. Ja, das ist ein Finish-Puder. Das probieren wir aus. Nehmen wir ein bisschen Puder. Ich habe irgendwie so kleine Fusseln in meiner Foundation. Ich glaube, ich hatte den Schwamm gerade in meiner Hosentasche. Das war nicht die schlauste Idee heute Morgen. Aber es ist auch erst 6.40 Uhr. Also ist okay, Maxim. Eine ganz kleine Menge Puder unter den Augen. Ich starte, glaube ich, mal mit dem hellen Ton hier. Das sind gebackene Texturen. Und den stempel ich mir jetzt erstmal hier in den T-Zone-Bereich, also unter die Augen. Ja, das ist... Der hat keinen Schimmer. Also das ist wie so ein transparentes Puder, aber sehr, 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 sehr weich. Zeichnen so ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Er macht die Haut einfach nur so ein bisschen matter. Okay. Es juckt so. Dieser Fussel. Ein Fussel in der Foundation. Der ganze Tag ist im Eimer. Also man kann damit gut mattieren, aber es nimmt nicht so diesen extremen Glow weg. Wir haben noch den Bronzer. Und da gehe ich ganz vorsichtig einmal rein. Der ist... Oh ja. Das ist ein gebackener Bronzer. Der ist recht warm. Und der hat auch so ein paar Schimmerpartikel mit drin, glaube ich. Aber lässt sich gut auftragen und auch aufbauen. Also der ist nicht zu intensiv, sodass man Probleme hat, den auszublenden. Ganz, 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 ganz leicht. Mhm. Oh ja. Schöne Textur. Der zeichnet auch so ein bisschen weich. Das ist aber genau das, was gebackene Produkte machen sollen. Die zeichnen so ein bisschen weich. Das sieht alles sehr schön und sehr soft aus. Er könnte ein bisschen mehr pigmentiert sein für meine Verhältnisse. Er sieht dadurch aber einfach super, super natürlich und clean auf der Haut aus. Also wenn du nicht zu viel Pigment haben möchtest und eher so einen Hauch haben willst, ist das ein guter Bronzer. Wir probieren es auch gleich mal mit dem Blush. Das ist der hier unten. Der ist auch so gebacken. Hat verschiedene Farben mit drin. Und den taste ich jetzt hier einfach mal drüber. Oh ja, die Kombination mit dem Bronzer ist der halt wunderschön. I love it. Das ist das, was ich daran liebe. Diese gebackene Textur, wenn du die auf deine ungesettete Foundation oder Concealer oder auch nur Creme gibst, nimmt die Feuchtigkeit auf, weil sie ihm ja aggressiv entzogen wurde beim Backvorgang. Und dadurch sieht das auf der Haut super, super soft und weich aus. Ich hole euch auch gleich noch ein Stückchen heran. Vorher will ich aber noch den Highlighting-Ton probieren. Der sieht recht litzerig aus. Ja, der ist schon intensiv. Davon braucht man, glaube ich, nicht viel. Deswegen mische ich den nur ganz leicht hier mit rein. Charlotte Tilbury Shaking. Wenn ich euch nochmal nah ranhole, dann könnt ihr, glaube ich, auch die Texturen sehr, sehr gut erkennen. Also es sieht sehr, sehr weich gezeichnet aus. Und ich glaube, wenn ich das Ganze jetzt fixieren würde, hätten wir noch schöneres, weicheres Ergebnis. Jetzt seid ihr aber schon so schön nah dran und wir können gleich was anderes ausprobieren, was ich so noch nicht gekannt habe von Kiko. Das gibt es bestimmt auch von einer anderen Marke. Ich mag es aber ganz gerne. Das ist das Couple Goals Eyeshadow Duo in der Farbe Candy Rose. Kommt in so einem Tiegel und wir haben oben einmal einen matten Lidschatten, extrem pigmentiert. Da könnt ihr sehen. Wow. Und drunter ist ein Cream Eyeshadow und der sieht eins zu eins aus wie der Pillow Talk von Charlotte Tilbury im Schimmer. Im Schimmer. Also die Schimmer-Version. Ich will jetzt den einfach nur hier mal drauf tragen. Hm. Hm. Als Cream-Highlighter vielleicht. Also dafür finde ich ihn jetzt gerade so ein bisschen schwach auf der Brust. Hm. Also, nee, der ist nicht wie Charlotte Tilbury. Das ist wirklich nur so ein ganz cremiger Ton. Wir gehen jetzt mal mit dem Matten lang. Den kann ich mir auch sehr, sehr gut als Blush vorstellen. Und setze mir den einfach hier hin. Einmal nur rein, mehr nicht. Und mit dem Produkt, was ich jetzt hier habe, muss ich arbeiten, weil es sonst einfach viel zu intensiv wird. Wunderschöne Farbe. Machen wir nochmal hier. Also ich muss sagen, jetzt kriege ich regelmäßig auch PR von Kiko. Und ich bin immer wieder schockiert, wie viele Produkte sie rausbringen. Also das ist schon echt bemerkenswert. Aber dadurch, dass es natürlich auch nicht alle im Laden gibt, fällt das dann auch nicht so auf. Und man ist immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass man das online bestellt. Ein paar Läden gibt es Tatsache aber noch in Deutschland. Ich nehme jetzt auch den Ton und presse mir den komplett auf mein Lied. Ich würde heute ein sehr monochromer Look. Wunder, wunderschöne Farbe. Ihr seht es, da wo ich den Glitzer-Lidschatten nicht drunter habe, ist das Pigment natürlich auch deutlich intensiver als hier. Hier habe ich so ein bisschen Schimmer mit reingebracht. Das sieht jetzt also etwas ungleichmäßig aus. Da sollte man wahrscheinlich jetzt einfach das hier so ein bisschen rüber toppen. Ja, das mag ich aber nicht. Also den Cremeton, den finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit dem Highlighter hier aus der Palette nochmal so ein bisschen rein, um ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Würde ja prinzipiell ausreichen, oder? Auf die Entfernung seht ihr auch nochmal den Unterschied auf den Augen. Es gab aber noch was anderes. Und zwar, und das ist echt gut, also den mag ich total gerne, die Arten von Produkten von Kiko. Das sind diese Duo, Lasting Duo Eye Pencils. Wir haben einmal einen sehr, sehr schönen silbrigen, oh, okay, jetzt ist die Spitze abgebrochen. Einen sehr, sehr schönen glitzerigen Silberton, den kann ich mir perfekt vorstellen am Innerkörner. Und ein Schwarz, den will ich auf die Wasserlinie. Ihr wisst es, ich liebe Schwarz auf der Wasserlinie. Das Augenmake-up gefällt mir persönlich nicht so. Das, also die Idee ist süß, ich mag aber die Farbkombination nicht, beziehungsweise dieser Creme-Lidschatten selbst war nicht so das, was ich wollte. Wir haben noch eine Mascara, das ist die Lasting & Care Mascara, die gibt es bestimmt auch. Aber sie haben halt immer ein anderes Packaging. Das Bürstchen ist so ein bisschen eingedreht, macht schöne Wimpern. Ja, die macht schöne Wimpern. Also, ich finde, ich glaube, Mascara macht auch immer einen riesengroßen Unterschied beim fertigen Look. Wie gesagt, die Face-Palette ist sehr, 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 sehr schön. Dieser Lidschatten-Look ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht in dem Format noch eine Lidschatten-Palette. Gab es ja auch schon mal in Blau in der Aqua-Version, glaube ich. Ist jetzt aber wirklich meckern auf hohem Niveau. Wir haben noch was für die Lippen. Zwei verschiedene Produkte. Einmal einen Lipgloss, den Diamond Pearls Lipgloss. Der ist so ein bisschen, ja, der geht so ein bisschen in die Apricot-Richtung. Riecht sehr gut. Ist aber sehr, 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 sehr glitzerig. Aber den kann ich mir auch... Kann ich mir auch für einen dunklen Lipstick gut vorstellen. Und einen Lippenstift. Das war ja dieses Jahr auch total im Trend. Diese Glitter-Lipsticks. Wunder, wunderschön. It's a lot. Den... Okay, Freunde, wartet mal. Ähm, ich nehme jetzt den Lippenstift und tupfe den noch so ein bisschen hier rüber. Weil jetzt haben wir ein Ding. Also jetzt sehen wir aus wie die Christbaumkugel vor dem Herren. Auf die Augen und auf die Wangen gleich. Das ist ja... Ich muss dir nicht erzählen. Habe ich einen TikTok gemacht. Und bei TikTok musst du halt immer so ein bisschen drüber sein. Mit der Art und Weise, wie du bist. Habe ich gemacht. Meine Güte. Also, ich habe gesagt, es sieht schöner aus, wenn du dieselben Farben auf den Augen, auf den Lippen und auf den Wangen hast. Und das ist das, was ich jetzt meine. Also, unabhängig, ob das jetzt ein schöner Augenlook ist und ein schöner Lippenlook. Die Kombination ist einfach super, super harmonisch. Und ich finde, jetzt mit diesem Glitter-Lipstick auf den Wangen, auf den Lippen und auf den Augen sieht das Ganze gewollt aus. Und nicht so, äh, was ist ihm passiert? Ist er in der Glitzerfabrik ausgerutscht oder so? Das ist... It's a lot. Aber ich liebe es. Und auch nochmal hier auf die Entfernung. Jetzt kommt das alles zusammen. Ich finde diese Glitter-Lipstick-Idee toll. Auf den Lippen sehen die immer am besten aus, je weniger Lippenfältchen du hast. Und wir haben alle Lippenfältchen. Deswegen empfehle ich diese Dinger wirklich auf den Wangen. Weil du dann einen sehr pigmentierten Blush hast. Und diesen Diamond Bomb-Effekt von Fenty Beauty zusammen in Kombination. Es geht, die Lippen sehen sehr glossy aus. Und jetzt gefällt mir auch der Augenlook dazu. Wow! Freunde, es war wirklich viel heute. Aber ich bin gespannt, wie euch diese Kollektion gefallen hat. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich auch ein bisschen mehr Kiko hier mit reinbringe. Weil es preislich natürlich auch in meinen YouTube-Content irgendwie passt. Ich verlinke euch mal die Kiko-Seite unten. Ich wünsche euch wundervolle Tage. Und danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf! Bis zum nächsten Mal.